So, und wir starten erneut, nachdem wir das letzte Mal den Computer zum Stillstand gebracht haben, oder das Spiel zum Stillstand gebracht haben. Wir versuchen es noch einmal. Na dann, Richtung Parkplatz. Na dann. Na rein mit uns. Was ist er nicht? Na dann. Durchdrucken wir mal. Ja. Ah, hey, wir können ihn doch stürmen. Ja. Ja. Wie die meisten Leute in der Küche. Du hast das nicht einmal aufgemacht, das Innere. Hey, ein Schokoriegel. Ja. 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 Das klingt jetzt nicht irgendwie nach einem Drogensüchtigen. Medikamente schauen und eine Lötlampe. Das ist jetzt Feuerzeug oder Lötlampe. Tja, ein Lüftungsschacht. Das ist ein Lüftungsschacht. Das holen wir offensichtlich nicht. Tja, versuchen wir mal die Lötlampe. Nein, offensichtlich nicht. Naja, recht einfach, er putzt halt einfach nicht. Wenn du mich putzt, schaut es auch bald so aus. Ah, ein Messer. Damit können wir es öffnen. Dann nehmen wir das doch klart mal. Franky B. Hope you read this first thing in the morning. Sorry about last night. I was being a monstrous bitch and took it out on you. And poor Pompidou. There's a lot of weird shit going on in my life. And sometimes I feel like I'm never going to get out of Arcadia Bay. Thank God for you. You are one of the best things I have here. And I smile when I think of us together. Let's just drive out of here forever. Let's just drive out of here forever. Oh, Mrs. Seuss. Frank, that was not cool what you did. And don't blame the drugs. You actually scared me. And I thought you'd never chill out. I've never seen you act that way. And the next time we'll be the last. I'm a Leo. And we don't look back. I care about you, us, so maybe we need to break our routine. Was heißt I'm a Leo? Ich bin ein Löwe. Oh mein Gott. Sternzeichen. Hm. Ja, machen wir das andere auch noch auf. Hallo? Jetzt können wir uns ja nicht öffnen. Okay, jetzt können wir jetzt offensichtlich nicht mehr auf machen. Was ist das? Achso, das ist das Buch. Vielleicht können wir mit der Dings... ...zuprobial. ...zuprobial. Ich bin nicht so groß, wie ich mich so groß ist. Ich bin nicht so groß, wie ich mich so groß ist. Ich kann nicht glauben, dass sie ein Freund ist. Rachel ist straight auf auf meine Gesichter. Warum hat sie gesagt? Hat sie nicht so groß? Sie ist nicht so groß, was sie? Sie sind so großartig. Warum hat sich jeder in meiner Leben umgelegt? Mein Vater wurde getötet, du hast mich aufhören. Meine Mutter hat mich auf das Stepfucker. Jetzt Rachel beträgt mich. Chloe, Rachel ist missing. Nobody beträgt mich. Bullshit! Du hast völlig verletzt den Stepfucker. Fuck! Chloe! Okay. Okay. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ah, und wieder eine Filmsequenz. Ja. 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 Wir sollen gleich rein und dann zur Zeit aufhören. Sie packen mir auf die Gesichter, Max. Wir wollen es nicht mehr genauer. Oh, du musst sie trotzdem. Du kannst sie das weg. Nein! Ok. Alles gut. Aber du wirst nicht einfach verstehen. Ich bin verschmodiert durch den universo. Ja! Mein Vater ist ein ganzes Haus. Hallo? Ich bin gut. Max, ich mache es. Du weißt, was es ist, um dein Vater zu nach Hause zu kommen, wenn du ein Kind bist? Und er ist niemals. Oh, ich wünsche nicht. Aber ich war mit dir damals. Es war nur ein schreckliches Ausfall. Ich wünschte, dass du das nicht fühlst. Aber seitdem er stirbt, hat mein Leben zu verdammt. Hm, vielleicht liegt das doch eher an dir. Aber wenn sie so weiter fährt, dann schon bald. Ich bin mir nicht so sicher, ob du sie brauchst. Ich glaube, es ist aber ziemlich egal, was ich jetzt gesagt habe, oder? Hm, der ganze Vormittag ist vorbei. Jetzt kommt sie endlich in die Schule. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Oh, mein Gott. Was ist das? Hm, hm. Mehr Superkräfte. Hey, das nennt man Flashback. Das ist keine Superkraft. Ich benutze A, D und linke Maus, rechte Maustaste zum Finden des jahlen Punkts. Okay. 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 Ich bin völliger. Ich bin völliger, ja. Wie ist das? Ich bin völliger. Ich bin völliger. Und wie in der Flaschen? Ich bin völliger. Ich bin völliger überrascht. Oh, du hast eine Zahnspange. Okay. Okay, wir können also in der Vergangenheit auch noch rumrennen. We are so proud of your promotion, you get a week of two wheels waffles in your own house. We are doing Wifi, okay. 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 Das heißt, wenn er seine Schlüssel nicht findet... Okay. 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 Was? Wieso könnte sie choice warnen? Hmm. Okay. 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 Das heißt, das alleine reicht nicht. Sie ruft ihn halt am Handy an. Dann rufen wir im Tine an. Okay. Hallo. Hi, could I please talk to Joyce's place? Oh, she left? Damn. Are you sure? Okay, sorry. Please. Don't you dare question yourself. Okay, when you're going to go here. Hold on. Boom. Disconnect. I'll let her know. Not on. Hello? So don't look so worried, Max. Hallo? Achso. Können wir bitte zurückgehen? Listen, don't let your dad take this car to you. I don't want to speak with you, but please, sir. This has been terrible as soon as happened. You have to stop me from driving anywhere. Whatever, weirdo. What kind of thing is that to say if I can't talk to you? Hey, please stop it, Superman. Okay, das heißt wir brauchen... Now I can... Take a pose. Make me a star. Just make me a star. Das geht viel zu schnell. Das geht viel zu schnell. Das geht viel zu schnell. Okay, das geht viel zu schnell. Okay, gut. Wir müssen nochmal zurück. Wir müssen irgendwie verhindern. Okay. Das heißt, das müssen wir... Ah, vielleicht müssen wir antworten. Das ist eine gute Idee. Das heißt, das ist eine gute Idee. Okay, Stecker ziehen. Dann machen wir. Okay, wir gehen ganz zurück. Bla 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 bla. Okay, wir machen als erstes ein Foto. So. Nachdem wir dieses Foto haben. Okay. 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 So. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir verhindern sollen, dass er stirbt. Okay. Ich bin. Okay. 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 Okay, wir können nicht verhindern, dass er stirbt, wahrscheinlich. Oh, oder vielleicht doch. Das heißt, wir müssen sie besser verstecken. Aber hier den Schlüssel zu verstecken bringt genauso wenig. Oh, das ist so cool. Oh, das ist so cool. Ah, verstehe. Sie will schauen, ob das tatsächlich wahr ist. Oh, das ist so cool. Oh, das ist so cool. Okay, offensichtlich müssen wir noch irgendwas machen. Oh, danke. Waschbecken. Oh, das klingt gut. Oh, das ist so cool. 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 Das ist so cool. Oh, das ist so cool. Oh, das ist so cool. Schaut halt, langsam habe ich ihn fast schon gemocht. Und jetzt ist dafür die Chloe tot. Ja? Nein? Vielleicht? Okay. An dieser Stelle, meine lieben Herrschaften, werde ich wahrscheinlich wieder aufhören. Oh, okay. Ah ja, jetzt bist du, jetzt bist du grantig. Du hättest die Chance gehabt, aber nein, du musstest ja die Geschichte ändern. Alles offensichtlich. Schau, David gibt es noch nicht mehr. Ich würde sagen, das ist das Ende von Part 3. Schaut fast so aus. Wenn es das Ende von Part 3 ist, dann schauen wir uns auf jeden Fall noch an, was ich alles versäumt habe und was ich falsch gemacht habe. Hey, schau, da sind schon wieder diese komischen Vögel. Da ist eine Sonne. Jetzt habe ich richtig Mitleid mit dem armen David, der dann nur als Chauffeur dient und nicht als Sicherheitschef. Da ist ein toter Wal. Mehrere tote Wal. Tja, es wird alles schlecht. Warum hast du auch die Vergangenheit geändert? Oh, vielleicht ist die Chloe jetzt angenehmer. Ich wette, sie sind jetzt keine Freundinnen mehr. Ja. 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 Du hast ein прис備? Ich muss das. So. Ja, und, kommt die Endauswertung, haben wir alles geschafft, nein sicher, natürlich nicht. Errungenschaft freigeschalten, Chaos Fury, hm, ok, ja, ja, können wir das überspringen, offensichtlich, ok, du hast das Geld liegen gelassen. Na immerhin. Du hast Chloe geküsst, ja, das spielen hauptsächlich Jungs, natürlich küssen wir Chloe. Du hast für David Partei ergriffen. Das war das logische. Es ist das, was nicht getan werden sollte. Ja, ok, das ist schon ziemlich gemeint, den Hund einfach zu töten. Der Hund kann ja nichts dafür. Franka Davids Waffe. Ah, die haben wir offensichtlich nicht gefunden und mitgenommen. Ja, an dieser Stelle Herrschaften, sag ich euch wieder ein Tschüssi Kowski und bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.